Diese Woche stand ganz im Zeichen des kommunalen Klimaschutzes. 250 Millionen Euro stellen wir als Land für die Kommunen für Klimaschutzprojekte vor Ort bereit. Von der Lastenradförderung über PV auf Schuldächern bis hin zur Wärmenetzplanung. All das können die Kommunen beantragen, ohne einen Eigenbeitrag dafür leisten zu müssen. 60 Millionen Euro werden auch noch zusätzlich über einen Wettbewerb vergeben. Ansonsten war ich diese Woche noch viel unterwegs, habe mich mit einigen Verbänden getroffen, unter anderem mit der IHK Rheinland-Pfalz. Da ging es um das Thema Innenstadtentwicklung und wie wir die Aufenthaltsqualität vor Ort steigern können, dass die Menschen gerne in die Innenstädte kommen. Und wir hatten auch ein Treffen mit der Architektenkammer Rheinland-Pfalz, wo es um die Frage des nachhaltigen Wohnens und Bauens ging und die Frage, wie wir vor allem im Bestand die Gebäude klimaneutral gestalten können.